Ich möchte das deshalb machen, weil ich einige Problemfelder, einige Politikfelder in Langenfeld anpacken und voranbringen möchte, von denen ich den Eindruck habe, dass sie in der letzten Zeit sehr vernachlässigt worden sind. Das fängt zum Beispiel an mit der Kinderbetreuung hier in Langenfeld. Ich möchte in einem Fünfjahresprogramm erreichen, dass jedes Kind hier einen Platz in einer Kindertagesstätte bekommt oder in der Ganztagsbetreuung untergebracht werden kann und dass die Zeit der Wartelisten hier ein Ende hat. Was mir auch sehr wichtig ist, ist das Thema Klimaschutz. Da finde ich wichtig, dass wir wegkommen von einer Politik, die hauptsächlich Werbung für Klimaschutz macht, aber eigentlich keine richtigen Maßnahmen durchgeführt werden, die Kohlendioxid einsparen. Hier kann aus meiner Ansicht nach viel passieren in Langenfeld. Stichworte wären da etwa klimaneutrales Bauen und Sanieren oder eine Verkehrswende mit einem attraktiven Busangebot und mit einer sicheren Möglichkeit zum Fahrradfahren. Was ist das Thema Klimaschutz, Klimaschutz, Klimaschutz und Klimaschutz?